hmm keep it up ich bleibe weiterhin bei random, ich bin einer der auf Zufall macht stirbsandsack, und der lasse ich jetzt meine Hut aus ne ich treffen würde so wer kommt denn jetzt? und Summit ich sag ja immer der, der zuerst auswählt und seins übergenommen oh mein Gott der Luigi man Luigi ähm, Alter das ist bei mir grad voll ruckelig und damit wäre ich nicht laggy, sondern allgemein irgendwie langsamer ja ich weiß was du meinst we lag Mensch Nintendo mach doch da mal was dran, Leute yeah hab ich mich grad aus deinem Griff befreit? Cool ja ja abwärts nein ganz schlicht das ist gemein manche Stages sind unfair ich bin ins Wasser gefallen, das ist bei dem Strom tödlich hey fair ah ich kann mit Rage nicht spielen nein oh das au ja au schau doch mal auf mich hier durch zu rapen damn au nein schade was war das los, ach Meteor, geht es immer noch du alter what the Eis zapfen nein 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 Fischig 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 hoch äh ach krass ich kann den Wolf umgehen, nur auf dieser Fläger au ey ich hasse es, hier kann man sich nicht mehr festhalten, es ist gemein warum ist es na ja egal ich muss sie ja random nehmen hä das ist doch irgendwie festgefroren Wolf Luigi äh Alter, geh doch mal sterben nein ah k na o ahhh ٝ ooh t auf hab dich hab dich ab ah wie geil nein 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 Substant seule Nein Komm her! Hecker ich! Komm her! Sonst komm ich schon immer! Geh mit Mr.Eisbär spielen! Das war bestimmt! Das war viels! Alter! So viel lang kann er auch noch nicht haben! Da komm! Da komm! Da komm! Da komm! Es ist nicht schwer mich... Hapsa mal! Hä? Mag Scucci irgendwie Selbstmord zu begehen? Oder tut er nur so? Mann! Ich will dich jetzt so entredigen! Was mit dem Meteor Strike? Mann! Ausgerutscht! Mann! Ach so! Das war... Oh Gott! Okay sag mal eine noch! Mit Items aber! Mit Items nochmal! Dann muss ich mal mit dem Meteor Strike! Dann muss ich mal mit dem Meteor Strike! Hm... Wo ist die Stage? Wo ist die Stage? Und... Da ist er! Da komm! Ich sehe zwar schon voraus, dass nichts wird bei mir, aber... ... Doch! Das habe ich nicht gewählt! Oh, Lucas! Ah! Help me, Lucas! P-Gay Fire! P-Gay Fire! P-Gay Fire! P-Gay Fire! Au! Nein, du hast... Du machst mir Angst! Ich wurde entdeckt! Lauf schnell! Lauf! Lauf! Ah! Hip! Hip! Hup! Ohhhh! Das sollte man mal ausmachen! Hup! Hup! Hm... Wolf! Gib mir der Wolf in! Nein! Nein! P-Gay Fire! Scheiße, ich hasse Lukas seinen Move, er suckt, er suckt, aber mit diesem... Oh, verdammt. Hallo. Wut, wut, wut. Ist gut. Ah, fuck. Hat sich ausgeschossen. Ah, nicht Grey Fox. Ah, nicht Grey Fox. So, das ist die Karte. Nein. Ich komm da nicht hoch, ich komm da nicht hoch. Gut so, gut so, gut so. Das ist mein System. Ah, da ist ein Smashball irgendwo. Ich hab's gesehen. Nein, ich hab mir CD gewollt. Trotzdem war's, ach so. Oh, was zur Hölle. Keiner. Keiner benutzt diesen Move so wie du. Nee. Näs und Luke ist ein OB-Attacke, die ist sowas von arschlos eigentlich. Natürlich, warum benutzt ich die wohl? Oh, 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 oh. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Nein. Und ich renne natürlich genau rein, ich vollidiot. Weil ich ihn noch bekommen wollte. Hab ich noch? Hab's schon? Hilf mir Kumpel. Hilf mir. Wurde's entdeckt. Stickers. Nein, ich trage eine Bomber. Nein, ich trage eine Bomber. Oh Gott. Boom. Und tschüss. Yeah. Was soll ich da noch machen? Ah, ich hab was ganz Böses in der Hand. Ach, das bringt nichts bei so wenig Schaden. Nein. Nein, Kumpel. Nein, Kumpel. Nein. Okay, gut. Entade. Der ist noch recht ungefährlich. Ausgesetzt, ich komm nicht noch rein. Jetzt ist aber ein Smashball gespawnt. Ich hasse dich. Boah, das ist so cheap. Das ist so... Alter. Verdammt. Ich kenne es. Oh Gott. Oh Gott. Okay, gut. Wie viele... Okay, ich hab elf Kills. Wie viel hast du? 23. Yeah. Das war noch zuerst unseren ersten Matchstips zu rechnen. Also... Oh. Okay, gut. Naja. Du hast trotzdem mehr. Ja. Böschen. Ich hab mal wieder Derbs abgekackt, aber es war fun. Das muss ich zuleu geben. Aber du hattest Luck. Smashball ist gemein. Ja. Vor allem mit Fernkämpfern. Leute, ich hasse Fernkämpfer. Wisst ihr das? Das wissen wir im Zwischen. Das wissen wir. Naja, gut. Bevor hier der Timer noch abläuft. Ne, ich lass mal ablaufen. Das ist ein epic Abgang. Okay. Ja, komm, leite ich schon mal raus. 5, 4, Luitz. Das war's von Shadowing2k7. Und Enero? Ja, und das ist unser Ende. Man sieht sich dann beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.